Erzählen Sie, was passiert ist. 20.000 Dollar. Wieso zeigen Sie mir das? Das Geld gehört hier, wenn du meine Frau umbringst. Willst du weiterhin da stehen wie angewurzelt? Und ich soll glauben, dass Sie niemanden umgebracht haben? Ich sagte doch, ich habe nichts getan. Der Truck sprang nicht an. Sie sind also zurück ins Haus gegangen. Du kannst es dir bequem machen. Komm schon! Soll ich Ihnen mal unser Haus zeigen? Was ist hier drin? Ich kann erkennen, dass du zu Hause Probleme hast. Weißt du, was ich noch erkennen kann? Was denn? Dass du meine Frau finden willst. Was? Worum geht's? Jetzt denken Sie sich wirklich scheiße aus. Ich hatte nie einen jüngeren Mann. Während Ihr Mann nebenan saß und dachte, dass Sie sie umbringen. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, die Nacht zu überleben. Und wie haben Sie das geschafft? Was haben wir denn da? Ich soll Sie töten. Ich habe Sie aufeinander gehetzt. Ich werde das regeln. Sie ist verrückt. Hast du die Scheiße gesehen? Hast du die Scheiße gesehen? Da hast du dir wohl das falsche Haus ausgesucht. Würden Sie einfach mal da hinfahren und sich den Keller ansehen? Ich spüre einfach nur Liebe für dich. Du hattest doch einen Job. Das wird dir gefallen. Das ist vollkommen. Du hattest doch einen Job. Das ist vollkommen. Das war's. Das war's.